Ein schwacher Euro gegenüber dem US-Dollar ist Gift für die Rohstoffmärkte. Der Euro hat seit Jahresanfang mehr als 7% verloren. Wir schauen uns in der heutigen Sendung an, wie es mit dem Euro weitergehen könnte und was das für die Rohstoffmärkte bedeutet. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hechler & Stork. Die Stärke des US-Dollar war in den letzten Wochen ein Grund für die Zurückhaltung der Investoren und Anleger weltweit in den Rohstoffmärkten. Wirklich passiert ist nichts, wenn man sich den breiter gefassten Commodity-Index-CRB ansieht. Der ist nämlich nur wenige Punkte von seinem Jahreshoch entfernt. Soll heißen, trotz des schwachen Euros konnte der Commodity-Index seit Jahresanfang um über 35% zulegen. Aber der schwache Euro bremst und die Metalle bremst am meisten. Kupfer, Palladium, Platin, Gold und Silber sind die letzten Tage und Wochen unter die Räder gekommen. Und damit schauen wir uns mal an, was der Euro-US-Dollar damit zu tun hat und steigen auch gleich direkt in den ersten Chart ein. Wir sehen hier auf dem ersten Chart in der ergebenden Darstellung den Kursverlauf des Euro-US-Dollar zurückgehend bis zum Jahresanfang. Und wir können schön sehen, dass der Euro-US-Dollar in einem Downtrend drinnen ist. Wir haben hier die zwei weißen Linien, die Umsetzung der Zinserhöhung der Notenbank FED eingezeichnet. Einmal im März, einmal im Mai diesen Jahres. Und wir können sehen, dass genau diese Zinspolitik belastend über den Euro-US-Dollar hängt. Wir haben aktuell, handeln wir bei 1,05. Jahrestief vorläufig ist, haben wir bei der 1,03.60 vor wenigen Tagen erreicht. Im gleichen Atemzug können wir hier sehen, dass der CRB-Commodity-Index seit Jahresanfang stetig gestiegen ist, also das genaue Spiegelbild zum Euro-US-Dollar und nur wenige Punkte unter seinem Jahreshoch notiert. Also wir sehen, dass die einerseits belastet den Euro die Zinspolitik der FED, andererseits ist es natürlich die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank bis zum Jahresende, 50 Basispunkte bei den nächsten Meetings gelten als fix, 75 Basispunkte als eine Möglichkeit. Auch hat die FED bekannt gegeben, dass sie ein Balance-Sheet mit Anfang Sommer reduzieren möchte, das belastet weiter. Der Ukraine-Konflikt, der immer noch eskaliert und nicht gelöst ist, der sorgt dafür, dass viele Anleger den US-Dollar wieder als sicheren Hafen ansteuern und natürlich die Lieferketten-Problematik aufgrund der anhaltenden Lockdowns in China. Hier hat sich in den letzten Tagen ein bisschen Besserung eingestellt, also wir warten ab, ob das möglicherweise auch den Lieferketten-Engpass, die Versorgungsengpässe etwas entlastet. Was natürlich negativ ist, ist weiterhin die unmissverständliche Kommunikation der FED, anders als die der EZB, dass alles versucht wird, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Jerome Powell, der Vorsitzende, hat am Dienstag wieder über Inflation gesprochen und er hat gesagt, dass niemand an der Entschlossenheit der Federal Reserve zweifeln sollte, die US-Inflation unter Kontrolle zu bringen. Das ist natürlich eher belastend. Hinzu kommt, dass in England die Notenbank, die englische Notenbank, die Zinsen auch diese Woche erhöht hat. Da war es so, dass die im April in England eine Inflationsrate von über 9% hatten. Das war der höchste Stand seit mehr als 40 Jahren. Also wir sehen um uns herum dramatische Entwicklungen, eigentlich nicht nur um uns herum, nämlich auch im Euro-Raum, in der Euro-Zone ist die Inflation ja auch ein Thema. Allerdings macht die EZB noch nichts. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, was passiert, wenn die EZB im jetzigen Umfeld die Zinsen einmal erhöht, die Zinszügel sozusagen anzieht. Wir halten das nicht für komplett ausgeschlossen, weil die EZB immer mehr unter Druck kommt, weltweit sich quasi gegen die Geschehnisse wehrt. Aber auch in den Vorstandsetagen europäischer Banken mittlerweile wird die EZB-Politik offen kritisiert. Das hat es in der Form in der Vergangenheit nicht gegeben, nur punktuell. Das sind alles Anzeichen dafür, dass es möglicherweise zu einer Zinsänderungspolitik der EZB kommen könnte. Charttechnisch haben wir hier bei der 103,60 ein neues Jahrestief erreicht. Das ist nicht nur ein Jahrestief, das ist der tiefste Stand des Euro gegenüber dem US-Dollar seit Einführung des Euro-Bargelds. Aber wir können auch sehen, dass hier eine Menge Stops getriggert wurden. Die Kerze ist schön groß, man sieht wie der Markt nach unten gerauscht ist, aber es kam zu keinen Anschlussverkäufen. Das könnte man jetzt als positiv werten. Zunächst mal ein vorläufiges Low hier erreicht mit einem Anstieg, einem leichten Anstieg, der die Tage darauf bis hin zu heute erfolgt ist. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Interessanter ist die Entwicklung in den COT-Daten, die Commitment-of-Traders-Daten. Wir sehen hier wieder in Gabe den Kursverlauf des Euro-US-Dollar auf Wochenbasis. Hier wieder der schöne Downtrend. Und wir sehen in grau dargestellt die Positionierung der Profis, der Finanzinstitute. Wir können das hier unten auch sehen. Die waren kurz nach Ausbruch der Pandemie massiv short. Das sieht man hier in diesen grauen Kerzen. Und haben seitdem, jetzt mal den August 2020, eigentlich kontinuierlich ihre Short-Positionen kleiner gemacht und zurückgekauft. Jetzt kann man sich fragen, warum ist der Kurs trotzdem nach unten gegangen? Ja, ist richtig. Der Kurs ist trotzdem nach unten gegangen, obwohl die gekauft haben. Aber wir reden hier von einem langen Zeitraum. Und wir haben jetzt aktuell ein Niveau mit minus 40.000 Kontrakten bei den Profis, bei den Finanzinstituten erreicht, der darauf schließen lässt, dass auch diese Gruppe von Marktteilnehmern möglicherweise damit rechnet, dass wir einen Boden mal erreicht haben. Allerdings muss man jetzt hier dazu sagen, das war schon mal extrem in der Vergangenheit. Hier im Januar, Februar 2020. Da waren die Profis nämlich long. In der Tat ist es danach zu einem Kursanstieg im Euro gekommen. Also wir sehen das als positive Tendenz, wenn wir auch vom Timing her noch von einer Long-Position entfernt sind. Also insofern könnte es hier heißen, dass es unterstützend wirkt. Aber eventuell ist es noch etwas zu früh. Interessant sieht auch die Saisonalität aus. Die schauen wir uns in erster Linie bei Rohstoffen an. Aber auch hier haben wir sie uns jetzt mal angesehen. Wir schauen uns immer wieder bei Finanzinstrumenten auch an. Und hier sieht man gelb dargestellt, den Kursverlauf des Euro-US-Dollar. Und die blaue Linie ist die jährliche Saisonalität. Deswegen geht das auch bis zum Ende des Jahres. Das ist eine Art Prognosetool. Wie könnte sich der Kurs verhalten aufgrund der langjährigen historischen saisonalen Durchschnitte? Und wir sehen, dass der Kurs eine gute Chance hat, bis Mitte Juni anzusteigen. Dann gibt es nochmal einen Tipp nach unten. Und dann geht es eigentlich hoch bis August. Also das wirkt auf jeden Fall unterstützend. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Fazit der heutigen Sendung. Also der Rohstoffindex CRB ist trotz des schwachen Euros um fast 35 Prozent gestiegen. Die Euro-Bullen, die müssen eigentlich fast auf schlechte Wirtschaftsdaten aus den USA hoffen, damit keine weiteren Zinserhöhungen zu erwarten sind. Das könnte so kommen, wenn man in den Medien so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Die letzten Tage beispielsweise hat der ehemalige US-Notenbank-Chef bei Nenki vor einer Stagflation gewarnt. Goldman Sachs hat das GDP-Target für das zweite Quartal in den USA heruntergenommen. Das ist also das erwartete Wirtschaftswachstum für das zweite Quartal. Der ehemalige Chef der Investmentbank, der hat bereits vor einer Rezession gewarnt. Und wir sind nach wie vor mit schwachen Wirtschaftsdaten aus China konfrontiert. Wir halten es für wahrscheinlicher, dass die EZB zu agieren beginnt und an der Zinsschraube drehen könnte. Die COT-Daten, die sind unterstützend, möglicherweise aber noch nicht stark genug. Hier könnte es zu früh für einen Einstieg sein. Die Saisonalität hingegen, die sieht super aus. Sollte sich demnach im Bereich von 103-104 ein Boden im Euro ausbilden, ist das technisch gesehen positiv und wir könnten mit einer Erholung bis auf die 108 technisch gesehen rechnen. Ein steigender Euro wäre sicherlich positiv für den weiteren Verlauf in den Rohstoffmärkten, vor allem die Metalle, die in den letzten Wochen ja, wie schon eingangs erwähnt, besonders gelitten haben. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Sollten Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns bitte und wir wünschen Ihnen weiterhin Good Luck in Trading, viel Erfolg an den Märkten, bis zum nächsten Mal.